Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem weiteren Building on a Budget Dark Ascension Special. In diesem Video geht es um die Zombies und ich habe auch dieses Deck hier T2 legal gemacht. Ich habe viele Nachrichten bekommen, dass wenn ich Karten oder Decks mit der neuen Edition vorstelle, dass es sehr schön wäre, diese Decks T2 legal zu halten. Und das habe ich geschafft und es ist ein sehr schönes Deck dabei rausgekommen. Ich habe ein ähnliches Deck auf der Pro Tour gesehen und das wurde dort gespielt. Und ich habe es ein bisschen abgewandelt für euch und ein bisschen preiswerter gemacht. Ja, es passt auch sehr schön, dass ich jetzt diesen Decktyp vorstellen kann, weil wir haben ja schon einen Zombie Primer und dann kann ich hier so ein bisschen mit den Karten abweichen, was halt ganz schön ist. Und ja, ich zeige euch erstmal die Deckliste. Die Kosten liegen circa bei 45 bis 65 Euro. Also manchmal einen Tick höher als die sonstigen Decks, aber es ist auch wirklich stark, muss ich sagen. Und ich spiele das Deck auch selber und ich kann nur sagen, es macht Spaß zu spielen. Es ist nicht so stupide, es ist auf jeden Fall ein schönes Deck. Und ja, die teuren Karten habe ich euch hier mal markiert. Gravecrawler ist halt etwas teurer, aber wenn man T2 spielen will, muss man Gravecrawler spielen. Festring Goblin wäre die Alternative. Was die Karten können, zeige ich euch gleich. Und Gareth's Messenger ist auch ein bisschen teurer, aber der lässt sich eher schwer austauschen. Also wenn ihr mit dem Deck anfangen wollt, würde ich erst mir die Gareth's Messenger und die Festring Goblins holen und dann eventuell, wenn euch das Deck dann wirklich super gefällt, dann erst die Gravecrawler besorgen. Und ja, wie funktioniert das Deck überhaupt? Man fängt an mit aggressiven Zombies. Gravecrawler für einen Mana eine 2-1er-Kreatur. Und dass er nicht blocken kann, ist nicht so schlimm, weil wir eigentlich eher die aggressive Rolle im Spiel einnehmen möchten. Und sein super starker Effekt ist halt, solange wir noch einen Zombie kontrollieren, kann man ihn aus dem Friedhof wieder ins Spiel bringen. Also für einen Mana. Ihr seht, er kommt immer wieder und das ist das, was ihn halt einfach so stark macht. Die Alternative, die ich euch vorschlagen würde, wäre Festring Goblin. Wenn er stirbt, hat er einen netten Effekt. Und es ist hier relativ wichtig, dass hier Kreaturen sterben, weil wir hier so ein bisschen mit dem morbide Effekt arbeiten. Und Festring Goblin wäre halt die 10-Cent-Alternative zum Gravecrawler. Weil er im Playset leider 20 Euro im Moment kostet, weil er halt turnierrelevant ist. Ja, die zweite Kreatur im 1-Mana-Slot wären 4 Diagraph-Ghouls. Er ist sehr preiswert zu besorgen für 1-Mana und 2-2er-Zombie-Bieter. Jetzt springe ich ein bisschen in der Liste, weil ich euch die Strategie dann besser erklären kann. Wir haben noch 4-mal Gerafs Messenger für 3-Mana und 3-2er-Zombie, der getappt ins Spiel kommt. Und jedes Mal, wenn er ins Spiel kommt, verliert ein Gegner 2 Leben. Und seine Andeigenfähigkeit lässt ihn ja, wenn er stirbt, noch einmal mit einer 1-1-Marke wiederkommen. Er kommt dann 2 wieder getappt ins Spiel, aber der Gegner verliert erneut 2 Leben. Und danach kann er als 4-3er-Kreatur noch angreifen, also sehr stark. Dann habe ich 4-mal den Diagraph-Captain. Ist halt nett, da viele Zombies bei uns sterben, ist dieser ein Lebens-, ein Life-Loss-Effekt halt ganz nett. Und ja, andere Zombies kriegen plus 1, plus 1, noch ein netter Nebeneffekt. Und er selber kann auch mal blocken. Er ist nicht die wichtigste Kreatur hier in diesem Deck. Das Deck funktioniert auch sehr gut ohne den Lord. Also kann man ihn auch einfach als 2-2er Death-Touch-Kreatur spielen, um dann starke Kreaturen beim Gegner auch mal wegzublocken. Obere Ende der Mana-Kurve haben wir 4 Skin-Render. Er hat halt eingebautes Removal und ist auf jeden Fall so dann noch sehr vielseitig. Schießt beim Gegner was ab, macht was schwächer. Und ist auf jeden Fall eine Top-Karte, den ich hier für wenig Geld und kann ich ihn dennoch empfehlen. Dann haben wir hier 2 Nicht-Zombie-Kreaturen. Einmal Fumesbitter für 1, ein 1,1er Horror. Wenn man ihn opfert, kann man eine minus 1, minus 1 Marke auf eine Kreatur legen. Diese Kreatur fungiert dazu, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist eine besondere Regel. Wenn eine Kreatur eine plus 1, plus 1 Marke hat und sie kriegt eine minus 1, minus 1 Marke, dann hat die Kreatur nicht 2 Marken gleichzeitig auf sich liegen, sondern die Marken entfernen sich gegenseitig und werden dann von der Kreatur genommen. Also falls ihr einen Gerafs-Messenger im Spiel habt, dieser schon gestorben ist, dann könnt ihr mit dem Fumesbitter die Marke entfernen von dem Messenger. Dann kann der halt nochmal sterben und der Gegner verliert wieder 2 Leben und die Kreatur kommt wieder ins Spiel. Und ihr seht, das funktioniert halt so ganz nett. Außerdem hilft der es halt morbide auszulösen. Dafür haben wir hier den Skirstark High Priest. Man tappt 2 Kreaturen und kriegt dafür einen 5-5er fliegenden schwarzen Demon-Spielstein. Und das ist halt recht gut. Da haben wir oft Kreaturen. Man kann morbide hier optimal wirklich ausnutzen in dem Deck. Und ein 5-5er Flieger ist auf jeden Fall eine gute Karte. Und der High Priest, der kostet nicht viel Geld. Er füllt hier aber seinen Zweck und ist auf jeden Fall eine schöne Karte. Ja, Removal, 4-mal Tragic Slip, ist eigentlich so meine Favoritenkarte. Also die hat sich jetzt so zur Favoritenkarte für mich hochentwickelt von Dark Ascension. Morbide, wie gesagt, kriegen wir hier immer eigentlich ausgelöst. Und ja, für ein Mana entfernt es einfach sofort eine Kreatur aus dem Kampf. Oder aus dem Spiel halt. Oder zerstört sie, eher gesagt. Also super stark. Dann Guess Verdict für 2 Mana. Ein Spieler opfert eine Kreatur und verliert dann ein Leben. Auch auf jeden Fall cool. Besonders wenn man, ich spiele zum Beispiel oft, dass Gegner so Ram spielen. Haben oft Titanen im Spiel. Primeval Titan oder Inferno Titan. Sowas in der Art. Und haben dann eher keine anderen Kreaturen auf dem Feld. Und das Guess Verdict trifft dann auch einfach mal eine starke Kreatur. Wir können uns das ja selber nicht aussuchen, was der Gegner opfert. Aber wenn er eben nur eine Kreatur hat, muss er ja diese opfern. Und dieser stetige Verlust von Leben unterstützt das Ganze hier auch nochmal ein bisschen. Dann haben wir hier noch 3 Mortar Pots. Das ist noch eine nette Methode, um erstmal Morbide auszulösen. Man kann auch Gerafs Messenger damit ausrüsten, um ihn dann einfach für einen Schaden zu verschießen. Der kommt dann durch Andeigen wieder ins Spiel. Gegner verliert wieder 2 Leben. Ihr seht, das ist eine ganz runde Sache. Macht auf jeden Fall super Spaß zu spielen. Zur Mana Base. 2 Evolving Whites. Ja, dann kommen halt nur noch Standardländer. Wir haben hier 6 Inseln und 16 Sümpfe. Also das Ganze wird ganz preiswert aufgefüllt mit Standardländern. Man braucht hier jetzt auch nicht unbedingt irgendwelche teuren Doppelländer. Das lässt sich so ganz hervorragend spielen. Und ganz am Ende wollte ich euch noch eine Alternative anbieten zum Fumespitter. Ist zwar auch kein Zombie, ist der Hex Parasite für 1 Mana 1 1 ein Insekt. Man kann entweder 1 Mana oder 2 Leben bezahlen. Und dann x Marken von einem Permanent entfernen. Und er selber wird dann für jede entfernte Marke, kriegt er plus 1 plus 0 bis zum Ende des Zuges. Das ist natürlich die Idee, man kann von Gerafs Messenger für 2 Mana die Marken entfernen. Vorteil ist, man kann auch beim gegnerischen Planeswalker Marken entfernen. Also Loyalitätsmarken frisst der Parasit ja auch. Das Ganze ist ziemlich Mana intensiv. Und das Deck braucht das Mana eigentlich, um seine ganzen Tricks so zu machen. Ich teste das jetzt gerade selber und muss mal schauen, wie das funktioniert. Und ihr habt natürlich auch die Wahl, wenn ihr beide Karten habt, das einfach auszutesten. Und ja, das war es schon für das T2 legale Zombie Deck. Und ich hoffe, das Deck hat euch gefallen. Und ja, lasst mir Kommentare da. Wenn ihr Lust habt, besucht mich auf Facebook. Den Link dazu findet ihr auf der Kanalübersicht. Ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Bis demnächst. Ciao.